Mit Schindler-Port wird Ihr Aufzug intelligent. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen in die Ferien und erfahren erst im Flieger, dass er dann an fünf Zwischenlandungen machen muss, bis Sie ankommen. Dass das unnötig Zeit, Nerven und Geld kostet, weiss jeder. Mit Schindler-Port wird Ihr konventioneller Standartaufzug zu einem vorausschauenden, vernetzten und zukunftsfähigen Herstück Ihrer Gebäudeinfrastruktur. Das Schindler-Port-System berechnet in Millisekunden, wer mit wem am besten fährt, damit alle schnellstmöglichen an das Ziel kommen. Und das ist noch lange nicht alles. Nebst der Effizienz wird das die Sicherheit und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Zutrittsberechtigungen und die vordefinierten Ziele können für jede Person und jeden Stock individuell eingestellt werden, was die Convenience massiv erhöht. Sogar Sonderfunktionen wie priorisierte Personen oder Spezialfahrten sind ganz einfach auszulösen. So kann beispielsweise am Rollstuhlfahrer immer die grösste Kabine zugewiesen werden. Und weil Schindler immer am Puls der Zeit ist und auch noch einen Schritt weiter denkt, kann man den Aufzug jetzt auch noch via App steuern. Das ist nicht nur zeitgemässer und bequemer, sondern auch noch hygienischer. Ja und wenn mal jemand den Badge vergessen hat, muss man auch nicht den Empfang und belästigen, sondern kann das gerade selber via App machen. Sie sehen, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sollte auch Ihr Aufzug intelligenter werden. Mit Schindler-Port. Lassen Sie uns über Ihre Aufzüge sprechen. Wir beraten Sie gerne. Schindler-Port. 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 Jetzt können Sie sich gerne,